Hallo, mein Name ist Renate Xmeier. Ich bin Kreisbäuerin im Landkreis Neustadt an der Eischbad Windsheim und schon seit über 20 Jahren in der Ernährungsbildung unterwegs. Sei es, dass ich in den Grundschulen den Ernährungsführerschein durchführe oder auch in der Erwachsenenbildung für unseren Bauernverband oder für die Gartenbauvereine. Saisonalität und Regionalität liegt mir sehr am Herzen. Es ist wichtig, dieses Wissen, das früher eigentlich ganz selbstverständlich von den Müttern und Großmüttern an die nächste Generation weitergegeben worden ist, dieses Wissen wieder in den Köpfen unserer Kinder zu verankern. Sie möchten sich eigentlich alle klimaneutral, umweltschonend, ressourcenschonend verhalten, nur wissen sie es nicht mehr, weil es ihnen niemand gesagt hat, wann hier was zu tun ist oder wann wir was ernten können. Wir können alle zusammen helfen durch unser Schulfach, dieses Wissen wieder an unsere Kinder heranzubringen. Dazu gehört zum Beispiel auch, wie benutze ich einen Schäler, wie nehme ich ein Messer richtig in die Hand, wie kann ich mit einfachen Lebensmitteln aus der Region ein tolles Essen auf den Tisch zaubern. Helfen Sie uns, dieses Schulfach zu etablieren, dieses Wissen an die nächste Generation wieder weiterzugeben. Gehen Sie wählen, es geht um uns und unsere Kinder. Gehen ich, dieses Schulfach zu tun. Vielen Dank.